Weltoffen, immer ging es voran. Doch Hongkong und sein Leben haben sich verändert. Herbert Cho ist im Visier der Behörden. Politischer Protest ist nach Einführung des Sicherheitsgesetzes hoch riskant geworden. Nur wenige trauen sich, das zu kritisieren. Es ist lächerlich. Immer mehr Menschen ärgern sich, immer weniger respektieren, was auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes passiert. In Hongkong galt immer Redefreiheit. Man konnte seine Stimme erheben und seine Meinung öffentlich äußern. Doch es gibt jetzt einige, die deswegen festgenommen wurden. Er steht unter Beobachtung. Herbert Cho gehört eine Bekleidungskette. In seinen Läden stellt er nebenbei Symbole der Demokratiebewegung zur Schau, die den Protest gegen den wachsenden Einfluss Pekings verkörpern. So wie Lady Liberty, die Freiheitsstatue mit Tränengasmaske. Vor 3 Wochen dann Hausdurchsuchung vor laufenden Kameras. Der Hongkonger Regierungssender zeigt, wie Beamte der im vergangenen Jahr neu gegründeten Sicherheitspolizei sein Geschäft durchsuchen. Bilder einer Razzia, die wohl auch abschrecken sollen. Sie wollten damit unseren Mitarbeitern und Lieferanten drohen. Und zeigen, wer so etwas macht, wird die Aufmerksamkeit der nationalen Sicherheitsbehörde auf sich ziehen. Ich denke, ihr Ziel war es, Menschen einzuschüchtern und daran zu hindern, Dinge zu tun, die ich für normal halte. Herbert Cho sagt, die Statue ist ein Kunstobjekt und will sich nicht einschüchtern lassen. Der Stadtteil Shumshui-Po. Nur hier kann sich der 28-jährige Anam zwei kleine Zimmer leisten. Er war Mitglied bei der demokratischen Partei Demosisto. So wie auch Hongkongs prominentester Aktivist Joshua Wong. Der sitzt nun in Haft, wie viele, die vor zwei Jahren für mehr Freiheit protestierten. Angesichts der Unterdrückung durch die Behörden müssen wir uns nach sicheren Orten umgucken, wo wir in Frieden leben können. Anstatt hier ein großes Risiko einzugehen. Die Proteste, Vergangenheit. Seine Zukunft wohl im Ausland. Anam verdient als Bürogehilfe nicht viel und muss jetzt alles fürs Auswandern sparen. Flug, Visum, Krankenkasse und Unterkunft. Mindestens 20.000 Euro braucht er dafür. Auch Lehrerinnen und Lehrer stehen unter Druck. Wir treffen einen, den wir John nennen. Er will nicht erkannt werden, zu riskant. Denn selbst im Unterricht müsse er jetzt auf jedes Wort achten. Die Stimmung in den Schulen hat sich stark verändert. Früher konnten wir Lehrer offen über gesellschaftliche Konflikte reden. Aber jetzt lassen wir das. Wir sagen kein einziges Wort mehr über gesellschaftliche und politische Probleme. Er traut sich nur noch streng, nach Schulbuch zu unterrichten. Doch dort wird das autoritäre China als demokratisch beschrieben, mit politischer Bürgerbeteiligung. Alles muss doch auf Fakten basieren. Wenn man die Fakten nur aus politischen Gründen verdreht, um das Narrativ zu ändern, ist das einfach nicht richtig. Lehrer werden unter Druck gesetzt, auch durch Peking-treue Moderatoren wie Zua Chiufei. In seinem Bildungspodcast wettert er gegen diejenigen, die mit demokratischen Ideen die Jugend vergifteten, fordert Eltern auf, solche Lehrer zu melden. Die Situation in Hongkong war einfach zu ernst. Einschließlich der Bildungsprobleme und der Überzeugung einiger Lehrer. Sie förderten bei Schülern nicht Dankbarkeit und Akzeptanz, sondern Gewalt und Hass. Das ist nicht richtig. Deswegen gab es viele Beschwerden von Eltern. Wer mit Peking nicht auf Linie ist, hat es schwer an Hongkongs Schulen. Wohl deshalb hören wir vor der Kamera von Eltern kaum Kritik. Nationale Bildung und Liebe zum Land müssen sein. Gegen China, das geht nicht. Das ist eine falsche Vorstellung, die Kindern vorher vermittelt wurde. Als Hongkong-Chinese muss man schon eine pro-chinesische Bildung befürworten. Aber klar, Demokratie und Freiheit sind auch wichtig. Anam glaubt nicht mehr an ein freies Leben in Hongkong. Eine Zukunft, wie er sie sich wünscht, kann er sich hier nicht mehr vorstellen. Wahrscheinlich wird der Versuch, nach Großbritannien auszuwandern und ganz neu anzufallen. So wie es zehntausende Hongkonger in den vergangenen Monaten vor ihm gemacht haben. Niemand will den Ort verlassen, an dem er geboren wurde und aufgewachsen ist. V.a. wenn man niemals zurückkehren kann. Aber die politische Situation hat sich seit dem Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes vergangenes Jahr verschlechtert. Und das, was vom demokratischen System übrig war, wurde untergraben. Ein weltoffenes Hongkong, das war einmal. Heute gilt, wer hier leben will, muss sich Pekings Normen unterwerfen. Oder für immer gehen.